Und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, da draußen zu einer neuen Folge von Madison. Hier im hoffentlich sicheren Raum, in der Hoffnung, dass uns jetzt nicht mehr die Ohren wegkriegen. Ich bin beim Schneiden tatsächlich immer nur am Ausbessern, weil das Spiel so laut ist an den Stellen, dass nicht nur mir die Ohren wegkriegen, sondern euch wahrscheinlich auch, so oder so. Also, ich versuche jetzt nochmal mit unserem Uhrenrätsel, weil mir ist aufgefallen beim Schneiden, dass, Moment, eben gucken, die Uhrenblätter, die Ziffernblätter immer verschiedene Uhrzeiten anzeigen. Das Einzige, was mir zu diesem Rätsel einfällt, ist, dass die vielleicht da eingesetzt werden müssen, bei der Uhr, wo das andere Ziffernblatt die Uhrzeit anzeigt. Boah, da kommt er schon wieder angesprungen. Naja, gut. Dann haben wir den Schrecken direkt mal hinter uns. Boah, hier hämmert's wieder. Was ist denn das hier für ein Haus? Kein Wunder, dass die hier alle gestorben sind. Vielleicht gehe ich nochmal in Opas Zimmer, so ich es denn finde, weil ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube hier, ne? Hier. So. Das ist halb zehn. Boah. Das ist, was? Viertel vor acht oder was? Fünf Uhr und fünf Uhr zehn. Hier haben wir aber eine ganz andere, ne? Nein, sag mir nicht, wir müssen jetzt im Haus nach diesem Ziffernblatt suchen. Aber woher ist das denn egal, welche Uhrzeit ich da zuerst eingeben muss? Du liebe, zeig ich nochmal auf unsere Uhr. Ja, das ist eher so 20 vor sieben, ne? Oder? Oh ne, bitte lass mich jetzt nicht wieder durchs ganze Haus rennen müssen. Was haben wir denn jetzt nicht? Jetzt habe ich doch die Uhr... Ich weiß doch die Uhrzeiten nicht. Halb zehn. Was hat das andere? Viertel vor acht. Zehn nach fünf. Und? Ja, so zwei nach fünf, ne? Irgendwas mit fünf auf jeden Fall. Viertel vor acht. Halb zehn. Wir gucken mal. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das war das Einzige, was mir eingefallen ist, aber... Ja. Gut. Ich gucke erstmal hier. Okay, so, hier war nix. War hier was? Ne, hier war nix. So, was haben wir denn hier? 20 nach acht. Echt jetzt? Das ist aber kompliziert, oder? Wenn das so ist, wie ich das vermute, ist das kompliziert. Halb zwei. Das ist, glaube ich, falsch, was ich mir hier denke, ne? Hier war keine. Auf dem Dachboden war noch eine. Ähm. Boah, jetzt kommt der gleich wieder angesprungen. Ich bin nur noch auf dem Boden am besten. Aber dann sehe ich die scheiß Uhren nicht. Es ist auch nicht mal, dass viel was angesprungen kommt, sondern eher... Dieses Geräusch, dieses Laute. Ne, hier war nix. Oh, am Dachboden. Dann bin ich vielleicht doch auf dem Holzweg. Hm. Hm, 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 hm. Boah, ich hoffe, das ist nicht das rechtliche Spiel so. Boah. Was bist du? Warte, ist das elf? Elf Uhr? Haben wir denn hier gar keine Uhr, die dieselbe Zeit anzeigt? Scheiße. Ich weiß es nicht mehr. Wo haben wir denn noch eine? Da beim Dingens, ne? Beim Safe. Da fing das Ganze hier an, im Grunde. Oh Gott. Hm? Hm, lalalalalalalala. Oh Gott. Oh, jetzt wird es schon mehr lauter, glaube ich. Ich glaube, der kommt gleich wieder. Hm. Ach so, hier war keine. Okay. Was haben wir denn hier? 20 nach 4. Pff. Kann man die denn irgendwie... Wenn ich das jetzt hier einsetze... Aber ich kann damit auch nichts machen, ne? Boah, Hilfe. Muss ich mal eben nachdenken. Ich stelle mich mal gegen die Wand. Ah, mir fällt da echt nichts ein. Muss ich es denn nachgucken? Hab ich eure Erlaubnis, dass ich das mal nachgucke? Weil ich echt keinen Plan habe. Das war das Einzige, was mir eingefallen ist. Aber ich habe echt keinen Plan. Äh. Wie das denn da vonstatten gehen soll mit diesen blöden Uhren. Und ich habe jetzt auch keine Lust, dass uns jetzt alle zwei Minuten einer anspringt. Und wir hier lustige Uhrensuche machen. Pass mal auf. Ausnahmsweise gucke ich einmal nach. Weil sonst dauert es echt auch zu lang. Wir können jetzt hier noch stundenlang durchs Haus laufen und die Uhren kontrollieren. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo der Anhaltspunkt ist, wonach ich hier suchen muss. Deswegen, ich gucke mal einmal nach und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann haben wir das hoffentlich ganz schnell hinter uns gebracht. So. Also. Ich komme gleich wieder. Nicht weggehen. So, da bin ich wieder. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte sein, dass ich das Rätsels Lösung jetzt gefunden habe. Aber ich bin mir noch nicht sicher, weil ich noch nicht nachgeguckt habe, ob das richtig ist. Wir müssen also jetzt nochmal. Und ich hoffe, dass wir nicht nochmal hier durch müssen. Weil ich finde diesen Gang hier so furchtbar. So. Rechnen damit, dass wir gleich wieder angesprochen haben. Oh. Und da ist er auch schon. Warum erschreckt ich mich einen? Warum sage ich denn zu euch, rechnen damit und ich erschrecke mich? So. Angeblich ist es so, dass in dem Uhrenraum, wir waren gar nicht so falsch mit der Theorie, aber anders. Und zwar sollen hier um die besagten Uhren herum, ja, sind mehrere Uhren, die auf die gleiche Uhrzeit eingestellt sind. Also 20 nach 4. Wo habe ich das gesehen? 20 nach 4. Hier haben wir dabei. Wunderbar. Wir haben sogar die richtige dabei. Das heißt, wir müssen diese Uhr jetzt hier einstellen auf 20 nach 4. So. Wir sollen insgesamt 4 Stück, glaube ich, sein. Dann haben wir jetzt halb 10 war das, ne? Halb 10. Hatten wir, glaube ich, hier auch, ne? Ach nee, hatten wir nicht. Hä? So, warte mal hier. 5 vor 12. Oder 20 nach 4. Äh. 20 nach 8. Schade. Und hier haben wir 5 vor 12. Auch. Okay. Und hier haben wir 3, 2. Toll, dann haben wir natürlich das Ziffernblatt. Was wir brauchen jetzt gerade nicht dabei. Dann muss ich mir das aufschreiben. Moment. Das ist, äh, 31. Falls wir eine davon finden, nehme ich sofort mit. Dann wäre das jetzt 20 nach 8 hier, ne? 5 vor 12 war ja eher die so, ne? 5 vor 12, genau. Die haben wir auch noch. Äh. 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 Ähm. 5 vor 12. So. Und hier haben wir dann, wäre dann 20 nach 8. Dann gucken wir mal. Oh nein. Müssen wir jetzt echt im ganzen Haus suchen? Nach diesen blöden Uhren? Oh. So, dann gehen wir mal zum Dachboden. Na, komm um die Ecke rum. Das ist ja ätzend. Puh, den habe ich verpasst. So, hier haben wir 5 vor 12. Okay, dann setzen wir die mal ein. 5 vor 12. So. Die setzen wir jetzt im Uhrendings ein. Im Uhrendings. Entschuldigung, ich kann schon gar nicht mehr reden. Im Uhrenraum. Da wäre ich aber nicht drauf gekommen. Ja, ganz ehrlich. Hm. Haus dreht auch langsam durch, ne? 5 vor 12 war hier. So. Dann hätten wir 10, was war das? 10 nach 5 oder so, ne? 10 nach 5. Die haben wir hier nicht. Oh Gott. Dann gehen wir mal in die Küche. Da hatten wir ja auch noch eine hängen. Oh Gott. Oh Gott. Achtung. Ich renne mal. Durch das Badezimmer. Oh Gott. Was ist das 20 vor 4? Moment. Ne, oder ist das 8.20? Das könnte aber richtig sein, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob der große oder der kleine Zeige ist. Ich bin lieber mit. Wir gehen mal gucken. Wo war das denn nochmal? Hier, ne? Das sieht richtig aus. So. Dann machen wir die auch. Dann brauchen wir noch halb 2, ne? Boah. Die Tapete auch. La. La. Ist das halb zwei? Boah, es ist so unangenehm, wenn man weiß, dass das gleich wieder passiert. Jaja, ist ja gut. Oh, okay, wir haben es geschafft. Und jetzt? Oh Gott. Ja, ist ja gut. Ja, guck ich. Oh Gott. Ich kann die Tür fotografieren. Ich muss näher ran. Eine Null. Zwei, vier, null. Boah, das war ja ätzend. Ich wäre da nicht drauf gekommen. Äh, muss man hier doch den dran hängen? Wo war das denn jetzt hier? Nein? Mach mal den damit! Keine Ahnung. Was mach ich jetzt mit der Uhr? Toll, jetzt bin ich genauso weit wie vorher. Irgendwas können wir anscheinend an den Haken hängen, dann noch. Aber was? So, welche Zahlen haben wir denn jetzt hier gefunden? Drei haben wir, ne? Die können wir auch mal wieder alle wegschmeißen hier. Zwei, vier, null. Er rennt erstmal die ganze Nacht hier rum und macht Fotos von irgendwas. Oh, da ist wieder eins. 27 von 20, hm? Wisst ihr Bescheid? So, jetzt haben wir die Uhren hier gestellt. Jetzt haben wir hier einen Haken. Was hängen wir denn da auf an den Haken? Wo ist denn hier noch was? Und kommt der jetzt immer noch angesprungen, oder? Oh, wahrscheinlich, ne? Was jetzt? Ja, frag mich mal. Ich kann es nicht. Mein whole Körper geht jetzt. Oh, ja, Mann. Mein Körper auch jedes Mal. Ich weiß es nicht. Auf rumzuheulen. Ich hab auch keinen Bock mehr. Öffne das Notizbuch. Was ist das denn? Ja, eine Safe-Kombination, ne? Wartet mal. Zwei nach links. Vielleicht. Und eins, zwei... Drei? Nach rechts? Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs nach links. Soll ich mir das mal aufschreiben? Äh... Keine Ahnung. Links zwei. Rechts war was? Eins, zwei, drei. Drei. Und links? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei, drei, sechs? War noch mal der Safe. Hier, ne? In meinem Lieblingsgang. Entschuldigung, ich bin noch auf dem Boden. Oh Gott. Dieser Schatten macht mich abwärts. Wir können mal gucken. Was war das? Zwei nach links. Wahrscheinlich gehe ich jetzt wieder in die falsche Richtung. Entschuldigung. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ne, war falsch. Das war zwei, vier, null, ne? Zwei, vier, null kann ja irgendwie auch nicht sein. Entschuldigung. Zwei, eins, zwei, drei, vier. Moment. Ich würde ja die roten Striche nehmen. Oder muss ich das andersrum sehen? Also sechs nach links. Drei nach rechts. Sechs nach links. Äh, drei, zwei. Drei, zwei, eins. Zwei nach links. Andersrum vielleicht? Moment. Ach, immer in die falsche Richtung. Merkt mir das einfach nicht. Entschuldigung. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ne. Das ist auch falsch. Hä? Oh, das ist doch die einzige Kombination, die wir noch haben. Das andere ist ein Zahlenschloss. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei. Zwei. Keine Ahnung. Oder muss ich jeden Strich zählen? Wäre auch doof, ne? Eins, zwei, drei, vier. Ich kann das auch mal ausprobieren. In beide Richtungen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob innen oder außen. Moment, ich muss den Block wieder umdrehen. Das wären dann links vier. Rechts ist eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und links sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Vier, sieben, elf oder elf, sieben, vier. Wir probieren's. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Wir können's auch nochmal andersrum versuchen. Wenn ich wieder... Ach, das gibt's nicht. Warum? Eins, zwei, drei, fünf, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und eins, zwei, drei, vier. Nö. Das verstehe ich nicht, Leute. Ich weiß nicht, was das Spiel jetzt gerade... Was ist das denn jetzt hier wieder? Das ist eine Null, oder? Zwei, vier, null. Ja, Null kann ja auch nicht sein, oder? Ja, puh. Muss ich denn da wieder nachgucken? Ich weiß nicht, wie wir sonst auf die Kombination kommen sollen jetzt. Anscheinend geht's ja jetzt um die Kombination hier. Hm. Ja, ich glaube, um das hier abzukürzen... Äh, verzeiht mir. Ich schau nochmal kurz nach. Das tut mir leid. Aber... Ich hab jetzt auch keine Lust, alle zwei Minuten von irgendeinem Typen durch die Gänge gejagt zu werden. Und, äh... Ich hab keine Ahnung, wie man jetzt auf diese Kombination kommt. Wenn ich's weiß, dann sag ich's euch. Es tut mir leid. Ich guck mal kurz nach. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Und ich hoffe, dass diese Kombination immer dieselbe ist. Aber... Anscheinend ist es... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs nach links. Eins, zwei, drei, vier, fünf nach rechts. Und nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf nach links. Bitte sage mir nicht, dass das falsch ist. Hey, klugscheißer Modus. Ich weiß nicht, warum. Die Null ist halt seltsam. Also, ich würde die Kombination jetzt ableiten von... Entweder von dem Notizbuch oder von dem Foto. Weil diese Fotos haben wir ja bekommen. Und das ist zwei... Vier... Und das ist eine Null. Und wir haben die auch in dieser Reihenfolge bekommen. Zwei, vier, null. Aber Null... Ich kann mir das auch nicht anders angucken. Oder was soll das sein? Das ist eine Null, Leute. Zwei, vier, null. Verstehe das nicht. Wir kommen aber jetzt sonst nicht weiter hier. Hm. Ich probiere mal noch ein bisschen rum. Wir sehen uns, wenn ich es geschafft habe. Ja? Halleluja. Oh, Geld. Es war tatsächlich so, dass man wartet. Ich zeige es euch. Falls ihr dasselbe Problem habt. Die Zahlen sind tatsächlich immer unterschiedlich. Anscheinend. Wir müssen die roten Pfeile auf dem Blatt mitzählen. Also sind es sieben, vier, drei. Ich wusste nicht, dass die Pfeile mitgezählt werden müssen. Okay. So. Was haben wir hier? Geld. So. Was haben wir hier? Johnny. Vaters Schlüssel und Geld. Geld können wir aber nicht mitnehmen. Schade. Hätte für den Bus gereicht. Gut. Ihr Lieben. Ich gucke aber gerade mal auf die Uhr und sehe, es ist schon wieder Zeit. In der nächsten Folge werden wir mal in Johnnys Zimmer gehen. Ich glaube, das war auch hier auf der Etage, ne? Gucken wir mal hier nach Johnnys Zimmer und gucken mal, was uns da erwartet und was uns überhaupt hier noch alles erwartet. Und ich will das eigentlich auch gar nicht wissen. Bis dahin sage ich, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Entschuldigt, dass ich zweimal nachgeschaut habe, aber ich wäre nicht drauf gekommen. Und ich sage, bis bald im alten Eulenwald. Passt immer gut auf euch auf. Bleibt kuschelig und gehabt euch wohl.